Die Zivilgesellschaft entwickelt neue Netze und neue Verbindungen. Wir stehen jetzt in einer einzigartigen Gelegenheit. Entweder lassen wir die Unsicherheit und die Zunahme des Extremismus in Europa zu nehmen, oder gutes Essen und gute Landwirtschaft die große, einigende Ursache für die Menschen in Europa wird. Aus diesem Grund bin ich heute auch hier dabei, meine Stimme mit euch zu verbinden. Und die Botschaft ist klar und wird von allen Europäern geteilt. Alle zusammen, von Berlin nach Athen. Und wir sagen, nein zu dem Technik, nein zu Technik, nein auf die politische Manipulation unseres Nahrungsmittelsystems. Diese Demo ist wo der Demokratie beginnt. alyse Nahrungsmittelt Und wir machen viel gut und wichtiges Arbeit für Europa. Das ist warum ich sage, dass die Zukunft der Greece ist, die Zukunft der Europa. Ich denke, dass Europa sehr bald wird auf die soziale Lösungen, die wir entwickeln, obwohl das Institutionell Framework ist von Greece missing. Zum Beispiel, all diese beautiful Markets sind nicht legal in Greece. Das ist nicht möglich, dass die Füße in der Marketskarte sind. Das ist ein großes Problem. All diese politische Instabilität, mit den Electionen in einem oder zwei Jahren, kann diese Diskussion nicht weitergehen. Ich könnte Ihnen viele schöne Videos und viele schöne Aktionen zeigen, aber ich möchte noch mehr auf die Aktionen machen. Viele von Ihnen kennen mich von meinem Aktion in FRESH. Das war eine der ersten Slow Food Youth Groups hier in Deutschland. Es war in der Universität Hohenheim, in Stuttgart. Und gleichzeitig habe ich eine Slow Food Convivium in Greece gegründet. Aber ich zurückgekehrt nach Greece drei Jahren. Und ich habe meine Leben gemacht dort. Ich habe die Farbe von meinen Ancestoren in der Olive Grove gegründet. Wir haben eine Organic Olive Cultivation gegründet. Ich habe angefangen, Leute zu kommen und die Farbe mit uns. Und auch auf die Kinder auf die Seed und auf was es zu be touching. Die Soil und nicht nur auf die Books, während ihr in der Schule. Das ist eine Foto von einem 5K-5,000-personen-Meal. Wir organisiert das November in Thessaloniki, mit der Organisation von Tristram Steuart. Feedback a few months ago. So all these young people that are having an interest to work with good food. Public meals in the city centre, like the Disco Soup. We call it Soup Agora. Because we do it inside food markets. And because we want to rediscover the ancient indigenous notion of the market. Which was the Agora. Not only a physical space for economic transaction, but also a space for dialogue and participation. And we brought this Agora to the world and we want to claim the name back.